Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Digimon Story Cybersliff Wir sind hier stehen geblieben mit der Aufgabe von Nokia Das nehmen wir mal in Kakumon So gut, jetzt müssen wir eh gleich wieder außen rumlaufen Okay So Vielleicht kann man so angreifen Autsch Tentomon Luftschuss Au Autsch, Autsch, Autsch Das hat wehgetan Wechsel Ryugamon für Patamon So Jawoll Koromon Gut gemacht So Ja Leider So Digiline Zwei Fälle gefunden Ein Wal Ich weiß es nicht Zwei Wiederbelebungskapseln Ähm Etems Terms. Wie geht's blind? Ich hab was. Achso. So. Wir verwalten. Ryudaman. Du lebst. So. Das war schon mal wichtig. Auf da sind wir gekommen. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Haben wir hinten irgendwas? So. So. Das haben wir hier noch. So. Dann geht's hier runter. Hier runter. Hier runter. Ne. Oben bleiben. So. Oh. Und hier hinten. So. 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 Ja, ich bin ein Zeug! Wie ist das? Wie kann ich es damit machen? Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Wenn ich einen Zeug für eine Frage habe, was ich? Was ich kann mich? Ich bin ein Zeug von einem Hacker. Ich weiß nicht, was ich verletze, was ich verletze. Ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt habe, aber mein Körper ist ehrlich. Blutel hat mich gefühlt. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht. Ich habe auch eine Sprache, aber ich habe einen Sprache, aber ich habe einen Sprache für mich, die hier im Sprache. So, so ist das, was ich? Was 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 ist das, was ich? Das wird nicht passieren. Das wird sowas von nicht passieren, dass ihr meinen Account kriegt. Dann machen wir mal Katana Schlag. Ja, das ist ein Mikrofon. Irgendwie wird das noch ganz kurz gucken. Ja. So. Ganz kurz gucken. So. Kleiner Donnerschlag. Tentomon. Jawoll. Ich habe mich gefällt, dass du hier bist. Der hat gleich mal eine gekriegt von mir. So. Ja! Ich bin Jimmy-Kenn! Wie bescheuert muss man sein? Wenn du mit einer Führung machst, dann wirst du nicht so gut sein. Bitte sagst du mir, so schnell wie... Entschuldigung, Jimmy Ken. Ich habe mich für mich auf die Doth-Strike-Kenne geholfen. Boah, Leute... Oh, okay. Das ist nicht wirklich Rock. Das ist zu viel zu viel Rock-and-Roll. Vielen Dank. Okay. Das ist ja schön oberpeinlich, was der macht. Aber egal. Das krieg ich schon irgendwie gebacken. Was hast du in diesem Zeitpunkt? Ich bin sehr wütend, aber... Hä? Was ist das, oder? Was ist das, oder? Was ist das, oder? Ach, labern jetzt den Scheiß, der kann mich ran. Das ist noch besser. Du fühlst dich in die Welt, oder? Du bist immer noch nicht, oder? Nö. Nö. Der Musse. Der soll nicht so viel labern. Der soll lieber mal ruhig bleiben. So. Na komm. Nö. Mö-Möchig schützt, Jimiken-san! Nö. Lass ihn dir, Jimiken-san! Das war's für heute. na komm Och Gott, zwei Meramon und Devimon Ok Du gehst auf Devimon Deine Donnerstag auf Devimon Ich wechsle mal aus für Gatomon Gargomon Mit Gatomon und Gargomon Kralle So Ich bekomme den Kinhaken Widerstehen So E-Terms Los geht's Zack Freier Faust Autsch Zerstörungskanone 2 2 Das war klar So So Todes Kralle Gegen Ah Gargomon Damit können wir leben So Angriff Angriffsladung Jetzt versteckt er sich selber Zerstörungskanone 116 Schaden Das geht auch noch So 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 Zack Dumm dumm Kinhaken Zack Devimon weg Flammenexplosion Okay Flammenexplosion Autsch Flammenexplosion Äh Äh Dumm dumm Kinghaken Ich habe es jetzt erst mal so machen müssen Okay das hat mir gar nichts gebracht Patamon Okay Patamon Flammenexplosion Okay Gar... Gagumon Das war klar ... du kannst eh nichts machen Gagumon Fre.. reg 회pez Veuerpaust Daneben Du bist jetzt So. So. Man, 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 man. Angriff. 16 Schaden. Angriffladung. Ist nicht gut. Angriff. Koromon. Gut. Alle drei, jawoll. Luftschutz. Blubberblasen. Kinnhaken. So. Schwerer Schlag. Wow, schwerer Schlag. So. Angriff. Autsch. Schwerer Schlag. Jawoll. Schwerer Schlag. 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 ich sag die ganze zeit er kann nichts oder der macht nichts in dem kampf nix nach alles in dem kampf erledigt das war ein kampf kohrmann levy 17. patamon levy 17 aha ich habe diesen desimon, das ist sehr gut, das ist nicht so gut das ist nicht so gut, das ist nicht so gut du bist so gut wow, das ist ein blöde, das ist ein blöde, das ist nicht so gut aber ich habe noch nicht so gut Wer ist der Fall? Ja, der vor allem Turing? Das ist das. Oh! Oh ja, oh ja, oh ja? Ja, das ist so schön, dass ich mich in diesem Ort begegne. Team Zackson-Leader, Yugo? Was ist das? Nein, ich kann es nicht sagen. Du bist so, dass ich von meinem Ziel ausbrechen bin. Ja? Quatsch, das ist so ein Scheißdreck, ohne Scheiß. Mämon, tockになくなっちゃってますけど。 ま、主に俺様が率先して失くしちゃったわけですが、ルッケロー! アンサー、それがリーダーに対する言葉かいな。 わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんねぇ。 Ich will nur noch einmal sagen, dass man die Zaxon nicht verletzt hat. Hahaha! Das ist falsch! Das ist falsch! Das ist falsch! Das ist falsch! Das ist ein Rock'n-Joke! Super-Hacker-Yuko-San. Das ist falsch! 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 Muss ich dazu sagen, Leute? Ich glaube nicht. Dann, ich bin bald wieder zurück. Ich habe auch live. Ich habe auch viel Angst. Ich habe auch viel Angst. Bye-bye! Hahahaha! Ja, Leute. Damit würde ich aber mal sagen... Damit würde ich jetzt aber mal sagen, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaut. Das heißt, let's play Digimon Story Cyberslub!